Norddeutscher Rundfunk 2021 Ich fang an, ja? Ja. Ich bin 25 Jahre alt, einer von hier, und möchte mich in Berlin für meine Heimat stark machen. Einfach mal mitnehmen für den Bundestagskandidaten, ein paar Steuerhütze aufzubrauchen, oder? Guten Tag. Sie haben auch keine Zeit wahrscheinlich, einfach mal einstecken. Darf ich Ihnen das mitgeben? Ich bin der Bundestagskandidat, Hendrik Wischmann mein Name. Sie sind großartig. Ja, finden Sie. Schön. Neues Motiv. Groß. Nur meine Sicht. Wischmann wählen steht da drauf. Wir sind noch nicht fertig. Das war erst der Anfang. Da kommt noch was. Wir legen nach. Ja, aber legen nach. Nein. Nein. Das wird mal wo es mehr gewogen. Macht nichts. Muss sein. Also, wir werden ein paar Mal mitmachen. Wir machen uns das mitgegлючendes. Thänen. Das ist nicht klar. Wir machen von einem Konflikt. Also haben wir das mitgegenwörteln. Wir machen das mitgegenwörteln.